Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und unserem Projekt Solo. Ja, die Stimme ist noch nicht ganz da, ich war jetzt dritter Tag krank. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit und dachte mir so, hey komm, ich nehme euch mal wieder eine Folge Projekt Solo auf. Und zwar, ja, wir haben jetzt Samstag, das müsste glaube ich, die Folge kommt Montag. Mich hat Donnerstag, ich morgens zur Arbeit, schon so ein Kratzen im Hals und Schnupfen, Kopfschmerzen, dachte mir so, ja komm, vielleicht geht es noch weg. Ja, war nicht so, ja, das schöne Ideal. Ich finde den echt so geil. Ja, auf jeden Fall bin ich dann um 10 Uhr wieder nach Hause gegangen, habe mich ins Bett gelegt und tatsächlich, irgendwas war noch offen, nicht? War alles abgemacht. Respekt. Ähm, war jetzt heute Samstag, hatten wir noch Zwischenprüfung, habe ich mich da heute Morgen dahin geschleppt. Ähm, ja. Und jetzt da, hundemüde. Und, äh, vielleicht sagt man noch was Kleines mit dem Team, mal schauen. Sonst werde ich heute definitiv früh ins Bett gehen. So, ähm, stimmt. Ich habe ein bisschen noch weitergearbeitet, gestern glaube ich, so, gestern, ich hatte keine Stimme, ne? Sonst nur so, äh, 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 äh. Ähm, und... Ja, ich habe gestern ein bisschen daran gearbeitet. Ich habe das Auftrag für 43 Tonen angesetzt. Ich habe Diesel eingekauft, wie man sieht hier, äh, knapp 12.000 Liter. Ich habe Diesel eingekauft, ich habe richtig viel Diesel eingekauft. Äh, für den Holzfäller und für den Holzfäller. Sind wir jetzt also wirklich wieder auf einem guten Stand. Hier hat es auch noch, elektrische Ladung wird produziert. Perfekt. Eigentlich perfekt. Das produziert doppelt. Können wir hier eigentlich sonst noch was reinmachen? Nö. Äpfel. Nö. Könnten höchstens Setzlinge kaufen gehen und die da reinschmeißen, aber eigentlich, nö. Nö, nö, nö. Ah, hier haben wir schon was drin, genau. Ich war jetzt schon so länger und länger nicht mehr hier. Ich muss mich erst wieder ein bisschen orientieren. Das stimmt, wir hatten ja noch die beiden Grasmissionen gemacht. Und aus diesem Grund haben wir Gras auch wieder gesehen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes und... coolen wir? Ne, sollte ich nicht. Können wir noch was verkaufen gehen? Hier? Ne. Ne. Bretter höchstens. Brauchen wir Bretter? Brauchen wir keine Bretter? Brauchen keine Bretter? Hm. Bitte. Ich muss immer noch Bretter verkaufen. Im Baumarkt. Ne? Bretter. So. Kommt, das mach mal. Wir machen heute eine kleine Verkaufs-Tour. In unserem Shonny. So. Ist schon wieder irgendein Sound-Bug. Keine Ahnung wieso. Das ist komisch. Ist komisch. So. Ah. Ich will mal schauen, ob der Kurs funktioniert. So. Äh. Wie hat mein Autodrive nochmal geöffnet? Ich hab ein Update gemacht. Wir sind nicht mehr da. Mein Autodrive zurück. Äh. I. I. Notkhpy. Bis dahin. B. Beenah. B. Ist das rausgehauen? ikein. Die B ist da. Is. Is. Leute, kleine Pause. Wir sind gleich wieder da. Autodrive fehlt. So, Leute. Da sind wir wieder. Es sind etwa 20 Minuten vergangen. Und zwar haben wir ein kleines Problem. Wie ihr seht. Also, ne. Es war so. Ich hab Autodrive geupdatet. Also neue Datei runtergeladen. Und hab versehentlich die falsche runtergeladen. Und ja, kleiner Fail. Und hab dann das Spiel gestartet, gespeichert. Und dann hat's natürlich ja, alle Autodrive-Kurse, ne. Puff. Dann hab ich's jetzt wieder draufgezogen und das sind die neue Autodrive-Datei. Hat jetzt wieder neue Kurse generiert. Also, wollte neue Kurse generieren. Dann hab ich gesagt, nein. Dann war die Karte puff. Keine Kurse drauf. Ich hab mir jetzt die Standardkurse von FedExion runtergeladen. Äh, heißt aber, dass wir alles, was wir eingefahren haben, nochmal einfahren müssen. Das ist zum Glück nicht viel. Ähm. Ja. Es ist ne Montagsfolge, Leute. Es ist ne Montagsfolge. Ähm. So. Aber nichtsdestotrotz. Wir verkaufen jetzt mal hier. Äh. Auslagern. Alles. Viel, aber alles. Hier. Auslagern. Und. Auslagern. Sehr gut. Das noch rundballen. Du möchtest. Moment. Ähm. Jetzt konnte man doch hier. Wir entdecken heute Autodrive. der ganz neu für uns. Äh. Ordner verwenden. Ja. Da müssen wir jetzt schauen. Irgendwo konnte man das Zeug ausblenden. Mhm. Mhm. Das ist schon aus. Geilen Trick. Funktioniert das nicht? Ich dachte, das funktioniert. Europaletten. Jetzt hat er Europaletten. Ähm. So. Nehmen wir auch noch mit. Und dann ist jetzt eigentlich die FPS-Anzahl drin. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Jetzt sieht es schon viel besser aus. Ja. Ein bisschen eine Fail-Folge heute, aber es passt zum Kranksein. Ich sag ja. Es passt zum Kranksein. Es passt zu, dass die Folge am Montag kommt. Äh. Was wollt ihr mehr, Leute? Was wollt ihr mehr? Das ist Montagsstimmung pur. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hab ja noch ein Save-Game. Äh. Äh. Dass ich Solo auf dem Marsch gespielt habe. Und dann müsste ich zu viele Punkte löschen. Das wäre mehr Arbeit, als wenn ich's, ähm, hier neu einfahre. Ähm. Ähm. Tatsächlich kann ich euch auch noch ein kleines Update geben, was meinen Rechner anbelangt. Ich hab den ja jetzt umgebaut. Vorbereitet für die Grafikkarte. Warte jetzt einfach noch, bis die Preise ein bisschen runtergehen. Und, äh, ich hab ja eine 3070 Ti. Und, äh, so krass das auch klingt, also ich muss sagen, vor zwei Jahren war das eine gute Entscheidung. Aktuell ist es eine scheiß Entscheidung gewesen. Weil, äh, die 3070 Ti nur 8 GB speichert. Äh. Viele von euch werden sagen, ja, ist ja klar. Und, äh, die zickt jetzt ein bisschen rum. Logischerweise. Und es kann, also ich musste LS schon ein bisschen runterschrauben, tatsächlich. Ne? Ist so, LS runterschrauben. Krass. Aber mit Aufnahmen und alles nebenbei, äh, nee. Doch. Warte. Dann fahr mal raus von vorne ein. Ähm. Ja. Liegt halt ein bisschen rum aktuell. So. Was kriegen wir hier für? 50.000? 60.000? Ja. Ja. 50.000. Das ist doch gut. Ja. Ja, und dann, äh, werde ich nochmal auf die, auf Autodrive zurückzukommen. Auf den Hof. Können wir den nämlich schicken. Bei den Hof ist eingefahren. Ähm. Was nochmal Autodrive angeht. Ich werde jetzt die Kurse nochmal einfahren. Offscreen. Und, äh. So, dann sehen wir dann. Vielleicht gibt's noch den ein oder andere Verbesserungen. Mal schauen. Wir haben jetzt 460.000 auf dem Konto. Ja. 460.000. Alter, ich bin immer noch so krank. Die Erkältung sieht wirklich... Ja. Die fetzt rein wie die Ecke da. Eigentlich was trinken, aber... Äh. So. Ich mach mich mit. So. Ich möchte nur was trinken. Ja, der, der Auflieger dann mit nem... Mit nem guten LKW ist auch viel besser. Wir haben ja extra den kurzen genommen. So. Ich möchte einfach keine Grasmission annehmen. Einfach nicht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir gehen jetzt mal schlafen. Und schauen, was der neue Tag uns verbringt. So. Auf. Rein mit dir. 7 Uhr. Und sollten wir genug Schlaf gehabt haben. Das schmerzt. Und es ist dunkel. Zen. 73.000. Nehmer. Ernte. Uff. Mit 46. Das hier. Im Depot. Depot war hier. Können wir zwei Abfahrerstellen? Mit unseren beiden? Rübenernte mieten. Plus drei Abfahr. Können wir passen. Ach komm. Wenn's wir nicht fresteln, dann frestelt's uns. Weißt ja immer so schön. Ähm. So. Aber. Ähm. Ich würde sagen. Da meine Erkenntung immer noch so riesig krass reinhaut. Machen wir heute ein bisschen eine kürzere Folge. Und. Genau. Ich hoffe bald wieder eine Folge für euch aufnehmen zu können. Nein. Eingeklappen wollte ich. Und. Ja. Dann. Wie sieht man auch was? Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Äh. Ja. Bisschen chaotisch. Aber trotzdem lustig. Und ich hör schon wie meine Stimme sich verabschiedet. Dann würde ich sagen. Vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Also geht's. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.